Der Ripper-Lager 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 Was zum Teufel? Was ist denn das? Bewegung! Halt ihn frei! Halt zu! Ich brauche mehr kein Feuer! Halt ihn frei! Da ist sie! Ich muss nachdenken! Jetzt hab ich dich! Ich brauche mehr! Ich brauche mehr! Ah, hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Ich komme, Kleiner. Scheiße! Hier! Hier! Wo? So, mich! Sie wollen verbreit! Sie werden hinterfahnt! Ja! Da ist sie. Was ist das? Komm, komm, komm! Er hat's erwischt! Erwischt! Jetzt steig ihn ab, Barschloch! Lisa! Oh Mann, Lisa! Verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa! Hey! Nein! Nein! Sag still! Lisa, ich bin's! Deacon! Erinnerst du dich? Deacon! Okay! Okay! Schon gut! Schon gut! Komm schon! Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen! Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine! Du musst so schnell, du kannst da hinlaufen! Halt nicht an! Nicht anhalten! Genau, nicht anhalten, was auch ist! Bereit? Los! Jetzt der Stoffen! Jetzt der Stoffen! Hm! Okay... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lisa, Lauf! Untertitelung des ZDF, 2020 Los, Los! Untertitelung des ZDF, 2020 Lauf zum Besucherzentrum, los! Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du fährst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Ähm, gut festhalten. Ricky! Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Taken? Lange nichts gehört. Was willst du? Wir, verdammt, wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway, an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahr jetzt dahin. Weißt du, was Iron Mike gesagt hat, in der Nacht als Buser und mich hier wechselt? Äh, das, ja, ähm. Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skiso an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Äh, äh, du hast eine Überlebende? Und bringst sie nach Lost Lake? Nein, ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky! Äh, ja, okay, ja. Gern geschehen. Äh, es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er, äh, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Verstanden? Okay, ähm, und dann ist da ein Typ namens Skiso. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, äh, geh zu Eddie. Sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie, sie ist ne Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir. Du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du, ähm, also auch wenn du Scheiße brauchst. Okay. Hey, Ricky. Hey, Dick. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Äh, äh, Lisa, das ist, äh, Ricky. Sie wird dich, ähm, an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Dick. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte nimm sie mit, okay? Hä? Was ist mit ihr, Dick? Was mit ihr ist? Sie wurde, sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich muss da. Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich, ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und noch mal fielen. Psst. Und noch mal fielen. Psst. Goddel. Untertitelung des ZDF, 2020